Herzlich Willkommen zur Serie Schwäbisch mit Helga. Wenn Sie jemanden gern haben. Magst du mich? Ich mag dich so mäßig. Wenn Sie im Café sitzen und Hunger haben. Bringen Sie mir mal eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen. Wenn das Toilettenpapier ausgegangen ist. Die Scheißhausrolle fehlt. Wenn Sie Hunger auf etwas Deftiges haben. Ich möchte gerne Lebergenädel mit einem Kronpeer-Salat. Wenn Sie nicht allein nach Hause möchten. Gehst du mit? Oder möchtest du allein heim? Und wenn Sie glaubst, gehst du mit? Wenn Sie jemanden nicht riechen können. Du stinkst wie ein Fuchs im Oktober. Wenn Sie Sehnsucht haben. Hast du eine Zeit für mich? Wenn Sie nicht allein sein möchten. Gehst du mit mir kuscheln?